Es war ein Tag vor Weihnachten. Die Sonne brannte unbarmherzig auf die Stadt Asuncion. Die Luft flimmerte in den Straßen. Der Asphalt wurde weich und klebte an den Schuhen. Wer es eben vermeiden konnte, der war um die Mittagszeit nicht mehr unterwegs. Er suchte sich einen schattigen Platz auf dem Hof oder einen kühlen Raum, möglichst vor dem Ventilator im Haus. Dorothea und ich waren eben verheiratet und hatten gerade unser erstes eigenes Apartment in der Calle Jégros bezogen. Noch befanden wir uns also in der allerersten Phase der Anpassung. Für mich war es aber nicht nur eine Anpassung an das Eheleben, sondern auch an das Land und an das Klima. Weihnachten und 38 Grad im Schatten? Wie sollte ich das assimilieren? Mir fehlte die Adventszeit in Deutschland, die langen Winterabende, die trübe, melancholische Jahreszeit, die Angebote in den Läden und Schaufenstern. Alles das gab es hier nicht. Versucht da mal einer an Adventslieder, Weihnachtsschmuck und Geschenke zu denken. Überhaupt war ich vor nicht langer Zeit zu dem Entschluss gekommen, dass das Weihnachtsfest eigentlich etwas Heidnisches sei. Schon allein das Datum der 25. Dezember war willkürlich erst im 4. Jahrhundert zu Ehren des Sonnengottes Mithras festgelegt worden. Niemand konnte da noch genau wissen, an welchem Datum Jesus wirklich geboren worden war. So verwandelte man einen alten heidnischen Feiertag der Sonnenwende in den Gedenktag an Jesu Geburt. Das war in meinen Augen nicht richtig, das war eine Vermischung der Religionen. Auch die Lichter deuteten auf Sonnenwende hin und darauf, dass es die dunkelste Jahreszeit auf der nördlichen Halbkugel war. Deshalb zündete man überall Kerzen an. Die Menschen freuten sich auf längere, wärmere Tage und mehr Sonne. Symbole, die auf der südlichen Halbkugel sowieso keinen Sinn haben. Ich hatte also beschlossen, Weihnachten sei ein heidnisches Fest, das ich nicht nach den alten Traditionen feiern sollte. Dieser Entschluss entstammte nicht dem Unglauben oder einer Abwendung vom Christentum. Im Gegenteil, ich glaubte an Jesus Christus, an seine Menschwerdung und an sein Kommen in einem Stall in Bethlehem. Alles, was die Bibel sagte, war für mich heilige Wahrheit. Nach vielen Jahren formellen Christseins hatte ich endlich eine lebendige Beziehung zu Christus gefunden. In einer stürmischen Novembernacht in Deutschland war ich zu der Überzeugung gekommen, dass ich ein Sünder war und Jesus als meinen persönlichen Erretter brauchte. Dort unter einem Baum im nassen Gras hatte ich Jesus meine Sünden, Wünsche und Träume übergeben. Jesus kam in mein Herz und nahm Wohnung in meinem Leben. Da war es für mich persönlich Weihnachten geworden, durch den Einzug Jesu bei mir als mein persönlicher Erretter, Herr und König. Wozu sollte ich noch an den alten Traditionen des Tannenbaumes mit seinen Lichtern festhalten, wenn es bei mir selber Licht geworden war? Warum noch auf Geschenke warten, wenn ich das größte Geschenk, das ein Mensch erhalten kann, bereits bekommen hatte? Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Naja, vielleicht muss ich auch zugeben, dass mir sowieso nicht viel an den großen Feiern liegt. Ich finde den Aufwand, den man dafür macht, unnötig. Die Vorbereitungen für ein großartiges Essen nehmen viel Zeit in Anspruch. Alles muss so ordentlich und schön sein. Und nach der Feier muss auch wieder alles abgewaschen und aufgeräumt werden. Vor Gästen und Besuchern ziehe ich mich am liebsten zurück. Meistens fürchte ich mich vor den Unterhaltungen. Ich weiß nicht richtig, was ich sagen soll und habe Angst, einen Fehler zu machen oder jemanden zu beleidigen. In den letzten Jahren als Junggeselle hatte ich nie viel mit Weihnachtsfeiern im Sinne gehabt. Nun war unser erstes Weihnachtsfest als Verheiratete gekommen. Ich hatte keine besonderen Pläne für diesen Tag. Warum sollten wir ihn nicht wie alle anderen Tage verbringen? Doch Dorothea dachte anders. Für sie war Weihnachten immer noch das Fest der geheimnisvollen Vorbereitungen, der Geschenke, des Weihnachtsbaums, des Festessens und der Gäste. Sie war in einer gläubigen Familie mit vielen Kindern aufgewachsen, in der diese alten deutschen Traditionen weiter gepflegt wurden. Viele Kindheitserinnerungen wurden um diese Zeit für sie wach. Um Weihnachten feiern zu können, brauchte sie keinen Schnee, keine kalten, langen Winterabende, keine gemütlich geheizte Stube. Sie war in Paraguay aufgewachsen, in einer Zone, wo die Weihnachtszeit die heißeste Zeit des Jahres ist. Soweit ich mich erinnere, kam der eigentliche Schock für uns beide erst am Nachmittag des Heiligen Abends. Wir waren noch in der Stadt gewesen und hatten uns die Schaufenster und Auslagen angeschaut. Dorothea war jetzt darauf eingestellt, den Heiligen Abend mit geschmückter Wohnung, speziellem Essen und Bescherung zu begehen, wenn auch ohne Gäste. Das war für sie ganz selbstverständlich. Auch wenn ich vorher öfter angedeutet hatte, dass ich mir nichts aus Weihnachten und einem feierlichen Heiligen Abend mache, so hatte sie das doch anders verstanden. Der Abend drückte vor, und meine Frau wartete auf die Geschenke, die ich ihr jetzt feierlich überreichen würde. Aber ich hatte keine Geschenke, keinen Schmuck, keine Bücher, keine Kleider, kein Parfüm, keine selbst gebastelten Kleinigkeiten, nicht einmal eine Weihnachtskarte oder sonst eine Aufmerksamkeit. Das war eine furchtbar große Enttäuschung für Dorothea, und sie konnte an diesem Abend die Tränen nicht zurückhalten. Unser erstes Weihnachtsfest wurde zu einer traurigen Erfahrung. Vielleicht habe ich nie wieder so deutlich gemerkt, dass man in einer Ehe nicht mehr nur allein nach seinen eigenen Vorstellungen leben kann, sondern auf die Wünsche und Erwartungen des Ehepartners Rücksicht nehmen muss. In den folgenden Jahren lernte ich, dass zu Weihnachten eben doch eine Feier gehört, mit Weihnachtsbaum und Schmuck, mit Liedern, Festessen, Gästen und Geschenken. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir in Europa oder in Südamerika leben. Und es spielt auch keine Rolle, ob Weihnachten für die römischen Kaiser ein heidnisches Sonnenfest war oder nicht. Die alten Traditionen geben, wenn man sie richtig gebraucht, viel Anlass über zentrale Wahrheiten der Bibel nachzudenken, die göttliche Weihnachtsbotschaft verständlich zu machen und in unserem Leben anzuwenden. Vielen Dank. Vielen Dank.